Horoskop für heute, Waage, 18. September 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die Energien des heutigen Tages können auf und ab gehen, aber mit dem Wechsel des Mundes in Ihren Arbeits- und Gesundheitssektor möchten Sie Ihre Routinen im Griff behalten oder praktische Angelegenheiten regeln. Es kann eine Herausforderung sein, direkt das zu verfolgen, was Sie wollen, da Ihr Herrscher Venus Hieron gegenübersteht. Eine gesunde Beziehung zu einem Partner oder Gleichgestellten ist mit diesem Transit nicht einfach. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie mit einer wichtigen Person einer Meinung sind oder Sie konzentrieren sich auf ein Bedürfnis oder eine Angst, die Sie in sich selbst nicht erkannt haben. Dennoch lernen Sie durch Ihre Beziehungen mehr über sich selbst und könnten sich entscheiden, diese Gelegenheit zu nutzen, um nachzudenken, sich zu erholen und zu wachsen. Diese Denkweise kann Ihnen auch helfen, das Beste aus der morgigen Sonnenfinsternis zu machen. Gleichzeitig kann es beruhigend sein, heute zu organisieren oder zu kategorisieren. Das kosmische Rad dreht sich weiter und wir tanzen mit. Jupiter, der Planet des Glücks, des Reichtums und der Gunst, dreht sich am fernen Himmel eines anderen Zeichens. Wenn das passiert, fühlen Sie sich lebhaft, neugierig und aufgeregt. Das ganze Universum scheint auf Sie herabzulächeln. Sie werden sich in weite, wunderbare neue Richtungen gezogen fühlen, egal ob Sie Single oder in einer Beziehung sind. Wenn Sie Single sind, sollten Sie unbedingt mit Menschen in Kontakt treten und vielleicht finden Sie jemanden, der nicht nur Ihren Geist, sondern auch Ihr Herz und Ihre Lenden reizt und verführt. Paare können mehr Abenteuer mit ihrem Schatz erleben, insbesondere auf Reisen. Sie können allein stehen. Normalerweise konzentrieren Sie sich auf alle anderen außer sich selbst. Es kann eine Herausforderung sein, egoistisch zu sein, weshalb Sie dazu ermutigt werden, wenn Venus in Ihrem Zeichen dem rückläufigen Chiron im Widder gegenüber steht. Versuchen Sie es, so sehr Sie wollen, Sie können sich nicht auf andere und Ihre beruflichen Wege konzentrieren. Irgendwann müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich selbst richten. Die kosmische Energie wird sich angespannt anfühlen. Möglicherweise müssen Sie sich mit Ihren emotionalen Wunden der Selbstsucht auseinandersetzen, damit Sie sich auf Ihren beruflichen Erfolg und Ihr Wachstum konzentrieren können. Ihr inneres und äußeres Selbst sind in diesen Tagen in einen intensiven Dialog verwickelt. Es kann so aussehen, als hätten Sie ein Radio in Ihrem Kopf. Das ist etwas, das viele von uns gerade fühlen. Um zu verstehen, was gesagt wird, ist es wichtig, einige ziemlich strenge Richtlinien zu befolgen, treiben Sie genug Sport, damit Sie müde genug sind, um früh genug einzuschlafen. Der Schlaf, den Sie während der aktuellen Transite bekommen, ist lebenswichtig. Ihr Geist braucht viel Ruhe, um alle verfügbaren Informationen zu verarbeiten. Bevor Sie in eine gewinnbringende Phase voller Lernerfahrungen eintreten, müssen Sie pragmatisch sein und sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Machen Sie bis dahin eine Pause, entfliehen Sie und vermeiden Sie Machtspiele mit den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, oder mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Stellen Sie sich stattdessen einige Fragen zu Ihren wahren Wünschen und dem Sinn, den Sie Ihrem Leben geben möchten. Zögern Sie nicht, eine Phase der Selbstbeobachtung und inneren Suche einzuleiten, um Ihre persönliche Legende zu entdecken. Geben Sie der Philosophie einen größeren Platz bei Ihrer Suche nach Glück. Heute wechselt der Mond von einem spielerischen und kreativen Bereich Ihres Horoskops zu Ihrem geschäftigen Arbeitssektor und signaliert damit die Annäherung eines sich verfinsternden Vollmonds. Während dieser Wechsel stattfindet, wird Venus während ihrer letzten sieben Tage in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops versuchen, den Fokus auf die spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekte des Lebens zu richten. Während der Mond bald Arbeits- und Karrierefragen mit Energie versorgen wird, wird diese Zeit auch ihre Fähigkeit auf die Probe stellen, Arbeitspflichten mit persönlichem Vergnügen in Einklang zu bringen. Bevor der Mond ihren romantischen Sektor verlässt, verbringt er seine letzten Stunden nicht nur in einem freundlichen Aspekt zu Venus, dem Planeten der Liebe, während er seine letzten sieben Tage in der Waage verbringt, sondern er trennt sich auch von einem freundlichen Aspekt zu Jupiter in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops. Da der Mond mit beiden verbunden ist, verstärkt dies nicht nur das Zusammentreffen des Geistes von Romantik und Abenteuer, sondern auch das Element des Glücks und die Gesetze der Anziehung. Täglicher Planetenüberblick Lassen Sie heute jemanden an sich heran, insbesondere wenn Venus in der Waage dem rückläufigen Chiron im Widder gegenübersteht. Diese kosmische Ausrichtung schafft einen starken Moment der Verletzlichkeit, und obwohl Offenheit beängstigend sein kann, ist sie auch unglaublich heilsam. Denken Sie darüber nach, vielen von uns wurde das Herz gebrochen oder wir wurden von jemandem verletzt, dem wir vertrauten. Es ist nur natürlich, sich davor schützen zu wollen, erneut verletzt zu werden. Aber obwohl es verständlich ist, sich selbst zu schützen, kann es sie auch daran hindern, die tiefen, bedeutungsvollen Verbindungen zu erleben, nach denen Ihr Herz sich wirklich sehnt. Heute bietet Ihnen das Universum eine seltene und wunderbare Gelegenheit, sich jemandem zu öffnen und in Ihr wahres Ich sehen zu lassen. Es könnte ein Freund sein, ein geliebter Mensch oder sogar eine neue Person, die in Ihr Leben tritt. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, denn sie hat das Potenzial, alte Bunden zu heilen und Ihnen zu helfen, mit leichterem Herzen weiterzumachen. Haben Sie schon einmal ein Gespräch mit jemandem geführt, nachdem Sie sich gefühlt haben, als ob eine schwere Last von Ihnen abgefallen wäre? Das ist die Art von Moment, die Sie heute erleben könnten, wenn Sie bereit sind, sich verletzlich zu zeigen. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass die Fakten einer Situation klar sind und Sie sich Ihrer Entscheidungen sicher sind, ist es dennoch ratsam, Ihren gesunden Menschenverstand zu nutzen und auf Ihr Herz zu hören, bevor Sie eine endgültige Schlussfolgerung ziehen. Manchmal sind die Antworten nicht nur logisch, sondern auch emotional. Und in Momenten wie diesen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es im Leben um mehr als nur materielle Belange geht. Geliebte Menschen, persönliche Erfüllung und emotionales Wohlbefinden sind ebenso wichtige Teile des Puzzles. Heute haben Sie die Fähigkeit, Dinge in Ihrem wahren Kontext zu sehen. Sie haben Klarheit und mit dieser Klarheit kommt die Weisheit, die richtigen Schritte nach vorne zu unternehmen. Vertrauen Sie sich selbst? Ihre Instinkte sind genau richtig und Sie werden den genauen Weg kennen, den Sie einschlagen müssen, wenn Sie auf das hören, was Ihr Herz Ihnen sagt. Im Moment fühlen Sie sich vielleicht etwas angespannt oder unruhig und es kann schwierig sein, genau zu bestimmen, warum. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen oberflächlich alles in Ordnung zu sein scheint, aber tief im Inneren sich etwas nicht richtig anfühlt? Es ist diese Art von Energie, ein Gefühl des Unbehagens, das schwer zu erklären ist. Es ist wichtig, dass diese innere Anspannung nicht auf Ihre Interaktionen mit anderen übergreift. Stress kann ansteckend sein und wenn er nicht kontrolliert wird, können kleine Frustrationen zu größeren Konflikten werden. Anstatt impulsiv zu reagieren, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um Abstand zu gewinnen. Machen Sie einen langen Spaziergang, meditieren Sie oder schreiben Sie Ihre Gedanken auf, um Ihren Kopf frei zu bekommen. Manchmal reicht es schon, sich ein wenig Freiraum zu verschaffen, um Klarheit und Ruhe in einen chaotischen Geist zu bringen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie eine einfache Veränderung der Umgebung oder ein paar Minuten des Nachdenkens Ihre Perspektive völlig verändern können? Gönnen Sie sich heute einen Schritt zurück und lassen Sie diese Klarheit durchkommen. Die positive Seite ist, dass Sie auf ganz natürliche Weise andere anziehen. Die Menschen fühlen sich von ihrer Energie, ihren Worten und ihren Taten angezogen. Sie nehmen die Freundlichkeit und Empathie wahr, die sie ausstrahlen und deshalb ist heute der perfekte Zeitpunkt, um gemeinsame Unternehmungen oder Kooperationen zu erkunden. Ob Sie eine enge Beziehung stärken oder eine neue Freundschaft knüpfen möchten, Sie befinden sich am richtigen Ort, um wichtige Verbindungen aufzubauen. Lassen Sie sich von dieser Energie anstecken.